Was denn? Star Wars Periode 2 Pass auf, da kommt noch ein Titel hinter Anschiss, der Klokrieger Stoßzeiten 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 Ja Ja ab und zu mal, ne? Revögelt Reloaded We are more We are more Meinst du? Hehehe Wie steht da? Voll wie fröhle, Alter Volles Klapperninuschen Oh ey, voll drin, ey Volles, volles Raunpicklarsch Anala Anala We are the Dicken Elf Und die Wunderschleim Anala Hehehe 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 Archibald Weapons of Ass Destruction Archibald, und der Pornobudler Hehehe Astrid und Obelig Wild, wild Wild, wild Wixen Hehehe Hehehe Ralph Benjamins Glühens Glühens gifts Und schalten Sie wieder ein Wenn das heißt BauerFickFrau Such Blutige Muttermünder Die gehen ja mal gar nicht Aber wo Densises Was fand das doch geil, oder? Buschige Bären, hmmm. Ich hab jetzt alle durch. Das wird der Gesindel, ja. Ich hab jetzt alle von links nach rechts durchgelesen. Rote Sperma-Omas machen Fußcreme. Die Anal-Piraten, ja, dicke Hertha. Rote Stecher, Pimmeltiraten. Die sind von TV Total, die lustigen Namen. Da gibt's ein Buch von denen. Jetzt liegen, 150 lustige Pornotitel. Ja, das heißt, ähm, Kampschrott. Ja. Oder irgendwie so. Durchfall-Extrem, jetzt kommst du. Boah. Eichel, was? Eichelkäse und Augenglanz, eine ungewöhnliche Affäre. Iiiiiiii. Ficket like Beckham. Alles für euch. Fälten sie wieder einmal im Anteil-Fusion. Fortschmausch. Aber für eine Handvoll Sperma immer gerne noch Geran-Anhalt. Aber ein Geilzflaschkorn. Ja. Voll in die Fresse. Indiana Jones. Indiana oder... Oh, ist das eklig. Es bleibt in der Familie, das ist der ekligste. In Darmstadt findet der Verkehr in Darmstadt. Herrlich. Oh, Hammer. Aber lass die Enkel zwischen die Schenkeln, sag ich dir. Fick die Oma ins Koma, Mann. Was liest du denn Sonntagnachmittag beim Kaffee vor Familie sitzt so am Weihnachtstisch da so? Na, liebe Oma, das wollte ich dir schon immer mal sagen, ey. Fick die Oma ins Koma. Sagst du zu deinem Opa, fick die Oma ins Koma. Oh, du bist entehrt. Ey. Das musst du alles mal aufnehmen, so als Soundfile, ganz ohne zu lachen und so. Und dann zum Anhören, ne? Scheiß nicht, Anteil 3. Dass ich da die ersten beiden noch nicht hab. Schade. Schade. Vielen Dank.